Ich habe in den letzten Wochen einige sehr authentische Menschen kennenlernen dürfen und ich habe mich daraufhin so ein bisschen gefragt, aufgrund welcher Elemente ich eigentlich entscheide, dass eine Person authentisch ist oder auch nicht. Und ein wichtiger Faktor ist die Dankbarkeit. Menschen, die dankbar sind, die zeigen das auch. Und denen merkt man es an, dass sie wirklich in jeder Situation das Gute sehen oder es zumindest versuchen. Und solche Menschen wirken auf mich authentisch und solche Menschen möchte ich gerne um mich haben, weil sie mich glücklich machen. I got a board on my plane overseas, I got a lot of places to go. Aber aus all these places, baby, you are the one that makes me feel like me. And I made a promise to you that night by the water side, well, life works in mysterious ways. When I close my eyes and memories come back and I know I'll see you again. What do I do? Because I don't know what it is.